Seit mehr als einem Jahrzehnt verfolgt die Polizei auf der ganzen Welt eine Geldfälscherbande, die mit nordkoreanischer Beteiligung 100-Dollar-Noten druckt und in Umlauf bringt. Die Blüten sind von exzellenter Qualität. Man kann sie überall einlösen. Sie sind so gut, so perfekt gemacht. Man nennt sie auch Superdollars. Das Papier ist dasselbe, die Tinte, die gleichen Farbspritzer. Es gibt so viele davon. Es ist ein Witz. Seit Jahren werden gefälschte Dollarnoten in Großbritannien in Umlauf gebracht. Das Ganze ist eine hochtechnisierte, strategisch bestens geplante Geschichte. In einer groß angelegten Polizeiaktion gelang es aufzudecken, wie England und Irland mit diesen Blüten überschwemmt wurden. Am Wochenende werden sie alle in Irland sein. Exklusives Filmmaterial erlaubt es uns, den Weg der Superdollars zu verfolgen. Wir bewegen uns auf den Spuren des Fälscherkartells um die ganze Welt. Vom Schurkenstaat Nordkorea. Für die nordkoreanische Regierung ist das genauso wichtig wie das nukleare Programm. In die russische Hauptstadt. Hier finden die großen Deals mit den Superdollars statt. Vielleicht haben sie angenommen, dass die Geheimdienste hier sie in Ruhe lassen würden. Mittendrin ein irischer republikanischer Politiker, den die amerikanischen Nachrichtendienste bereits beobachten. Sie haben eine ganze Menge Material über ihn gesammelt, verfolgen seine Aktivitäten schon länger. Wir haben versucht, den Mann, der der Kopf des Kartells in Europa zu sein scheint, mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Möchten Sie nicht zu den Anschuldigungen Stellung nehmen? Birmingham, England. Freitag, 30. Oktober 1998. Inspektor Mark Smith ist auf dem Weg zu seinem Büro bei der Nationalen Behörde zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Zur gleichen Zeit filmt die Überwachungskamera einer Wechselstube in Birmingham den Kleinkriminellen Alan Jones. Die Kassiererin weiß nicht, dass ihr der Mann gerade mehr als 1000 gefälschte Dollars gibt. Aber auch ein Experte hätte es nicht sofort gesehen. Die Polizei hat einen Tipp bekommen. Nur deshalb können sie die Scheine sicherstellen. Sie sind das Perfekteste, was ihnen bisher untergekommen ist. Selbst ein Fachmann braucht ein starkes Vergrösserungsglas, um sie zu erkennen. Die können sie überall wechseln. Sie sind so perfekt gemacht. Die Qualität dieser Banknoten ist sehr außergewöhnlich. Washington, Vereinigte Staaten von Amerika. Hier befindet sich die Zentrale des amerikanischen Secret Service. Der Secret Service hat zwei Aufgaben. Den amerikanischen Präsidenten zu schützen und die amerikanische Währung zu schützen. Rich Stein ist Leiter der Abteilung Währungsfälschungen. Wir haben Mitarbeiter im ganzen Land und 17 Büros auf internationaler Ebene. Zusammen bekämpfen wir die Fälscher mit allen Mitteln. Die Blüten, die Alan Jones getauscht hat, werden nach Washington geschickt. Die Beamten sind erstaunt über die hervorragende Qualität. Es ist wohl mit das Beste, was wir je gesehen haben. Sie wirken täuschend echt. Eine außergewöhnliche Qualität. Beim ersten Mal hat ein Agent des Secret Service sie lange begutachtet und konnte trotzdem nicht definitiv sagen, ob sie nun gefälscht waren oder nicht. Beim Secret Service kennt man diese Blüten seit einem Jahrzehnt. Die offizielle Bezeichnung lautet Family 14342. Inoffiziell nennt man sie auch die Superdollars. 1989 tauchten sie das erste Mal auf auf den Philippinen. Sie schickten sie zu uns. Wir stellten dann fest, dass es Fälschungen waren. Diese ersten Superdollars tauchten im Handgepäck nordkoreanischer Diplomaten auf. Schon damals brachte man das Regime in Pyongyang mit den Blüten in Verbindung. Manche der Nordkorea-Experten meinen, dass das Land die Superdollars als Waffe gegen die USA benutzt. Die Fälschung der US-Dollars ist ein Regierungsprogramm. Sie machen das aus zwei Gründen. Einmal interessiert sie der Profit, den sie mit diesen Banknoten einstreichen können. Auf längere Sicht aber hegen sie auch die Hoffnung, so die US-Wirtschaft zu destabilisieren. Schon Ende der 80er Jahre gab es Hinweise darauf, dass die nordkoreanische Regierung sich eine technisch sehr hochentwickelte Druckerpresse besorgt hatte, die Intaglio. Diese Druckerpresse ist fast identisch mit der, mit der die echten US-Dollars gedruckt werden. Damit ist das Regime in Pyongyang in der Lage, Banknoten in exzellenter Qualität zu drucken. Die Banknoten in Birmingham sind so gut, sie müssen auf einer solchen Presse gemacht sein. Man braucht schon technisch sehr ausgereifte Ausrüstung, um mit dem Intaglio-Druckverfahren und einem Offset-Verfahren so arbeiten zu können. Man brauchte eine Intaglio-Druckerpresse? Ja. Nordkorea. Das Regime in Pyongyang weist alle Verdächtigungen als westliche Hetzkampagne zurück. Aber keiner weiß, was sich hinter dieser streng bewachten Grenze abspielt. Das bisschen, was nach außen dringt, stammt von den wenigen erfolgreichen Regime-Flüchtlingen. Die meisten leben in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas. Wir sind auf der Spur eines kürzlich aus Nordkorea geflohenen Regierungsangestellten. Wir finden ihn. Er lebt versteckt in Seoul. Sein Job in Nordkorea war es, US-Dollars zu fälschen. Als ich geflohen bin, habe ich einige falsche Banknoten mit nach Südkorea gebracht. Ich habe sie dort den Experten des südkoreanischen Geheimdienstes gezeigt. Die haben gesagt, das sind keine Fälschungen, die sind echt. Und das wollen Profis sein. Ich habe mir nur gedacht, ihr habt wirklich keine Ahnung. Ich bin hier der Profi. Ich habe die schließlich jahrelang gemacht. Die Fälschungen fanden im Staatsauftrag statt. Wir hatten eine spezielle Produktionsanlage in Pyeongjang, einer Stadt in der Provinz Pyeongganando. Seiner Aussage zufolge drucken die Nordkoreaner diese Blüten bereits seit den 80er Jahren. Wir haben von allem nur das Beste gekauft. Die beste Ausrüstung, die beste Tinte. Und wir hatten die besten Leute, die wirklich Erfahrung hatten und sich auf diesem Gebiet auskannten. Wenn Regierungsbeamte oder Diplomaten in andere Staaten reisten, dann gab man ihnen gefälschte Banknoten mit, gemischt mit echten. Ungefähr im Verhältnis 50-50. Das wird uns auch von einem geflüchteten früheren Diplomaten bestätigt. Selbst die Nordkoreaner wissen meist nicht, dass die Banknoten, mit denen sie auf ihren Reisen bezahlen, Fälschungen sind. Er selbst ist mit den Blüten festgenommen worden. Ich war in einer Bank in Thailand und wollte Dollars wechseln. Sie sagten, es seien gefälschte Banknoten. Ich war bestürzt und es war mir sehr peinlich. Das Geld haben sie beschlagnahmt, aber glücklicherweise ließen sie mich frei. Nach Meinung des Diplomaten gibt es nur einen Weg, wie die Super-Dollars aus Nordkorea herauskommen können. Einfache nordkoreanische Bürger können das Land ja nicht verlassen. Die, die das Geld ins Ausland bringen können, sind Diplomaten und Geschäftsleute, die im Staatsauftrag unterwegs sind. Sie nehmen die Dollars mit und bringen sie im Ausland in Umlauf. Wieder zurück in Birmingham, England. Die Beamten sind irritiert. Bisher hatte man die Blüten nur bei Nordkoreanern gefunden. Wie also konnte das Geld zu Alan Jones gelangt sein? Auf einmal tauchten diese Noten bei Kleinkriminellen auf. Diese Typen versuchten, die gefälschten Banknoten in Birmingham einzutauschen. Das war sehr seltsam. In einem ziemlich frühen Stadium informierte uns der US Secret Service über seine Ermittlungen in diesem Fall. Vieles wies darauf hin, dass das organisierte Verbrechen involviert war. November 1998. Die Fahnder setzen zwei erfahrene Undercover-Ermittler auf den Fall an. Sie sollen die Bande infiltrieren. Ihre Zielperson ist Alan Jones, der Kleinkriminelle, den man kurz zuvor mit den Blüten gefilmt hat. Die verdeckten Ermittlungen erhalten den Codenamen Operation Mali. Die Ermittler nehmen Kontakt auf. Sie fahren mit Jones im Auto und er prahlt damit, dass er die perfektesten Blüten aller Zeiten habe. Selbst Leute, die die ganze Zeit mit sowas zu tun haben, halten sie für echt. Man sollte doch meinen, die könnten das erkennen. Aber sie sind auf dem gleichen Papier gedruckt. Dieselbe Tinte mit den gleichen Farbspritzern. Allein die Tinte, wenn du mit der grünen Seite auf ein weißes Papier reibst, kriegst du einen grünen Schimmer. Genau wie bei den Echten. Wie hat man alles gedacht? Jones behauptet, dass auch ehemalige Agenten das Geld unters Volk bringen und sich so privat die Taschen füllen. Sie sind halt übrig geblieben aus dem Kalten Krieg. Jetzt gibt es für sie nichts mehr zu tun. Es gibt keinen mehr abzuknallen. Also zocken sie so wenigstens ein bisschen was ab. Das FBI und die anderen kennen die Blüten. Sie nennen sie Superdollars. Es gibt so viele davon, es ist ein Witz. Jeder steckt sie ihnen rein, aber sie kriegen es gar nicht mit. Die Observierung von Jones ergibt, dass er häufig mit einem anderen Kriminellen aus Birmingham zu tun hat. Es ist Terence Silcock, ein mehrfach vorbestrafter Betrüger. Terence Silcock ist einer der führenden Köpfe der kriminellen Szene in Birmingham. Ein Profi, der sein Leben lang nichts anderes getan hat. Der macht bei jeder Sache mit. Silcock wird rund um die Uhr beschattet. Die Ermittler finden heraus, dass er große Geldbeträge wechselt. Wir haben 56.000 gekriegt. Das Zeug ist überhaupt nicht aus Großbritannien raus. Ich habe es am Flughafen gekriegt, bin damit in eine Bank und habe es gewechselt. Die Polizei findet heraus, dass Silcock häufig reist, besonders oft nach Irland. Silcock will keine Aufmerksamkeit erregen. Deshalb bucht er immer ein Rückflugticket nach Dublin. Aber den Rückflug lässt er verfallen und kommt mit der Fähre zurück. Wir wissen von etwa 16 oder 17 Reisen nach Irland. Vielleicht waren es sogar noch mehr. Wir sind davon überzeugt, dass er zumindest in einigen Fällen gefälschte Banknoten aus Irland nach Großbritannien gebracht hat. In diesem verdeckt gefilmten Exklusivmaterial sehen wir Silcock und Jones, wie sie von der Fähre in Holyhead, Wales gehen. Unter ihren Mänteln versteckt tragen sie eine Viertelmillion gefälschte Dollarnoten. Es ging immer hin und her. Er brachte die gefälschten Noten aus Irland her und trug den Erlös aus dem Tausch der Noten, die echten Scheine, wieder zurück nach Irland. Die ganzen Transaktionen laufen über Kuriere. Der Schmuggel von gefälschten Banknoten bringt viel Geld. In einem Birminghamer Hotel trifft sich Silcock mit einem Iren, ein alter Hase im internationalen Devisenschmuggel. Das Hotelzimmer ist verwandt. Die Polizei hofft darauf, endlich zu erfahren, wie die Kuriere arbeiten. Ich sollte die Blüten in verschiedene Währungen tauschen und dann die ganze Kniete wieder zurück in Dollars. Aber ich hab mir gedacht, scheiß drauf und hab ihm mein ganzes Bündel D-Mark nach Dublin geschickt. Der Name des Kuriers ist Hugh Todd. Er ist wegen Banknotenfälschung vorbestraft. Jetzt verdient er ein Vermögen mit Kurierdiensten. Ich sollte ihn in Frankfurt treffen, also flog ich Südafrika, Frankfurt, Frankfurt, Moskau. Die Rede war immer wieder von Russland, Irland, Moskau und anderen europäischen Städten. Wir haben es mit einer international operierenden kriminellen Bande zu tun. Sie arbeiten über alle Grenzen hinweg, sind miteinander vernetzt. Gefälschte Banknoten zu schmuggeln, ist ein gefährliches Geschäft. Für Hugh Todd ist es ein Beruf. Die Polizei findet heraus, dass er regelmäßig von Moskau nach Dublin fliegt. Die Überwachungskamera im Hotelzimmer zeichnet auf, wie Todd vor Silcock mit seinen Erlebnissen beim Schmuggel aus Moskau prallt. Da stehe ich nun mit diesen verdammten 180.000 Dollar. Ich muss nur noch an den scheiß Zollbeamten vorbei. Ich schaue mir das Spiel an, sie legen die Taschen aufs Band, fahren sie durch den Scanner. Und dann filzt einer die Gepäckstücke. Ich habe die scheiß Blüten aber hier unten hingesteckt. Mittlerweile haben sich die Mistinger aber überall in der verdammten Hose verteilt. Ich merke, wie mir eine von den Blüten innen die verdammte Hose runterrutscht. Ich gehe schnurstracks durch. Sie lassen mich einfach durch und das ist das Ende der bescheuerten Geschichte. Ich bin durch. Dann gehe ich in diese irische Kneipe, gehe aufs Klo und fische mir die ganzen Dollars aus der Hose, stecke sie in die Tasche und, bingo, das war's. Die polizeilichen Ermittlungen ergeben das detaillierte Bild eines international operierenden Bevisenfälscherings. Die Arbeit wird von einer Gruppe von Kriminellen erledigt, die eng zusammenarbeiten. Sie bekommen die Superdollars in Moskau. Dann geht die Reise der Blüten nach Dublin. Von Irland aus werden sie nach Birmingham gebracht und dort in der Unterwelt verteilt. Ein Mann kauft Mengen davon. Hallo David, hier Terry. Was ist los? David Levin verdient Millionen von Superdollars. Ein russischer Krimineller, der in Birmingham lebt und beste Verbindungen in den entsprechenden Kreisen hat. David Levin ist eine wichtige Figur. Er arbeitet im großen Stil, hat überallhin Verbindungen und viele Möglichkeiten, die Noten zu tauschen oder zu verteilen. Er hat den Ruf, ein gefährlicher Typ zu sein. In seinen Kreisen ist er eine große Nummer. Levin hat verschiedene gefälschte Pässe. Kaum einer kennt seine wahre Identität. Levin ist ein interessanter Typ, so viel kann man sagen. Ein Krimineller mit einer sehr interessanten Vergangenheit. Er war wohl früher ein höherer Beamter im KGB und hat Russland unter sehr seltsamen Umständen verlassen. Er wird wegen eines Doppelmordes in Armenien gesucht und ist unserer Meinung nach eine gefährliche Figur. Die Observierung ergibt, dass sich Silcock und Levin häufig treffen. Dabei bekommt der Russe größere Lieferungen gefälschter Dollars. Levin nutzt seine Verbindungen im Bankensystem, um das Geld direkt zu waschen. So gelangen riesige Mengen der Superdollars unbemerkt auf den europäischen Finanzmarkt. In der kriminellen Szene werden diese Dollars für 55 Prozent des Wertes gehandelt. Das ist schon ein sehr gutes Geschäft. Aber die gefälschten Noten direkt eins zu eins zu tauschen, ist natürlich viel lukrativer. Terence Silcock, bis vor kurzem noch ein kleiner Betrüger, ist urplötzlich auf eine wahre Gelddruckmaschine gestoßen. Aber die Geschichte ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für ihn. Zumindest ist er die Methoden Levins nicht gewöhnt. Er tauchte mit diesen fünf verdammten Russen auf. Ich kam mir vor wie einem scheiß Actionfilm. Diese schwarzen Lederjacken. Und im Auto war noch einer. Den hatten sie ordentlich vermöbelt. Das war ein Auftritt, kann ich dir sagen. Zu diesem Zeitpunkt haben die verdeckten Ermittler Silcocks Vertrauen gewonnen. Er offenbart ihnen erstaunliche Erkenntnisse über die Leute, die an den Schalthebeln der Organisation sitzen. Ich mache euch fertig. Wenn ihr jemals, naja, wenn ihr wisst, wie es funktioniert, dann hängt ihr sowieso mit drin. Schon gut, deswegen sind wir doch hier. Sie werden von der IAA und dem KGB gedruckt. Das Ganze war für Silcock eigentlich eine Nummer zu groß. Plötzlich arbeitete er für ein international organisiertes Fälscherkartell und bewegte sich in einem Milieu, das ihm sehr fremd war. Die ganze Untersuchung, dieses Ausmaß an Kriminalität, auf das wir gestoßen sind, eine ungeheuerliche Geschichte. Es ist nicht normal, dass einfache Kriminelle, und ich benutze bewusst das Wort einfach, Kontakt zu paramilitärischen Gruppen und zu Ex-KGB-Lern haben. Unsere eher kleinen Lichter zusammen mit diesen internationalen Gruppen zu sehen, ist schon komisch. Die Ermittler finden heraus, dass die Fäden der europäischen Operation in den Händen eines Mannes zusammenlaufen. Es gibt Hinweise auf seine Identität. Hugh Todd, der irische Kurier, nennt den Mann Sean. Wahrscheinlich werde ich Sean Dienstag oder Mittwoch treffen. Die Polizei erfährt, dass die Deals in Moskau nur über Sean laufen können. Er muss immer dabei sein. Wenn Sean nicht da ist, gibt es auch kein Geschäft. Ich sitze in diesem verdammten Moskau, bin in Metropol und keiner kommt. Ich hänge also da so rum, habe keine Nummer, unter der ich Sean erreichen könnte, nur eine blöde Faxnummer. Ich bin in Moskau, habe viele Dollars dabei, echte Dollars, und keiner meldet sich. Am liebsten würde ich zu Sean sagen, verdammt, so geht's nicht. Ihr könnt mich nicht hier einfach sitzen lassen. Ich warte also noch zwei verdammte Tage, bevor Sean endlich auftaucht, und ich sage zu ihm, so geht's nicht. Nur die Drahtzieher der Aktionen sind über alles informiert. Die Kuriere wissen nur teilweise Bescheid. Erst wenn man die Einzelteile des Puzzles zusammensetzt, ergibt sich für den, der alle Teile kennt, ein klares Bild. Für die Kuriere steht fest, dass die ganze Operation von Sean und seinen russischen Kontakten abhängig ist. Schons Verbindungen da sind gut, verdammt gut. Die sind alle verrückt, alles Ex-KGBler. Viele der Beteiligten schienen schon lange dabei zu sein. Und sie ließen auch durchblicken, dass sie die europäischen Ermittlungsbehörden schon öfters an der Nase herumgeführt haben. Besonders in den Ländern, die früher hinter dem eisernen Vorhang lagen. Es wird immer klarer, dass Sean, der Kopf der Bande, sehr gute politische Verbindungen haben muss. Er ist Kommunist, hat kommunistische Überzeugungen, so wie die von der alten IAA. Na super. Aber was für eine Doppelmoral. Ein verdammter Kommunist und macht jede Menge Knete mit diesem Papierzeug hier. Na, das ist mir ja eine... Aber ich weiß, dass die Knete, die er damit macht, wieder in die Organisation fließt. Immer mehr Hinweise auf Shons Identität ergeben sich. Bei einem Treffen im Pub bekommen die Ermittler schließlich den besten Tipp von Silcock. Er ist von der ganz alten Schule, er ist oberst bei der IAA. Hä? Ja, ist er. Wirklich? Ja, aber nicht von der IAA von heute. Wir reden von der alten IAA. Die Richtige? Ja, die Richtige. Die alte, die Richtige IAA? Wir machen uns schlau. 1970 teilt sich die irisch-republikanische Armee in zwei Flügel. In die vorläufige IAA, P-IAA und die Fraktion der offiziellen IAA, O-IAA. Im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte gewinnen die vorläufigen, auch Provos genannt, immer mehr an Bedeutung, während die marxistisch orientierten Offiziellen in den Hintergrund rücken. Aber es gibt sie immer noch. Dieser Mann ist oberst der offiziellen IAA, Sean Garland. Er ist schon sein ganzes Leben lang Republikaner gewesen. Mit 20 war er bei Anschlägen auf Polizeistationen dabei. In den 80er Jahren pflegt Garland als revolutionärer Sozialist die besten Beziehungen zu kommunistischen Regimen. Heute ist er Präsident der Workers' Party in Irland, dem politischen Arm der offiziellen IAA. Uns war klar, dass wir es mit einem Netzwerk von erfahrenen Kriminellen zu tun hatten. Aber wie gut ihre Verbindungen wirklich sind, wurde uns erst langsam bewusst. Da kann man sich schon Sorgen machen. Die Einnahmen aus den Deals fließen zurück nach Irland. Die britischen Ermittler entscheiden, dass es an der Zeit ist, die Birminghamer Gruppe auffliegen zu lassen. Wir wussten, dass eine große Summe, ungefähr 100.000 Dollar, nach Dublin gehen sollte. Und wir entschlossen uns zum Zugriff, um das zu verhindern. Es wäre einfach nicht in Ordnung gewesen, das Geld wieder in kriminelle Hände wandern zu lassen. Sie sollten sich nicht damit die Taschen vollstopfen können. Eineinhalb Jahre sind vergangen seit dem Beginn der verdeckten Ermittlungen. Während die Bande im weißen Schwan in Birmingham sitzt, rücken die Beamten an. Am selben Tag wird David Levin verhaftet. In seiner Wohnung stößt die Polizei auf Beweise für seine falschen Identitäten. Einige Tage später ist auch Alan Jones dran. Bei ihren Durchsuchungen findet die Polizei riesige Mengen Bargeld. Die Einnahmen aus den Deals mit den nordkoreanischen Superdollars. Sean Garland lebt unantastbar in Irland. Er wird nicht festgenommen, noch nicht einmal verhört. Obwohl man auch in Washington überzeugt ist, dass er eine Hauptfigur im Netzwerk der Superdollardealer ist. Wieder in Washington. Auch hier beschäftigen sich Journalisten mit der Geschichte. Der Name Sean Garland habe ich zum ersten Mal in einem vertraulichen Bericht des Geheimdienstes gelesen. Sie verdächtigten ihn, in die Fälschung von Dollarnoten verwickelt zu sein. Damals im Mai 1997 ging es auch um Blüten von außerordentlicher Qualität. Bill Gertz ist Korrespondent der Washington Times für Sicherheitsfragen. Aus meinen Gesprächen mit Geheimdienstlern weiß ich, dass sie eine dicke Akte über ihn haben und seine Aktivitäten seit Jahren genau verfolgen. Diese Akte ist bereits zwei Jahre vor den Ermittlungen in Birmingham angelegt worden. Das Ganze war streng geheim, mit geheimem Codewort. Das bedeutete, dass die Akte nur an die obersten Etagen ging. Nur die, die es wissen mussten. Leute im State Department, im Pentagon, dem FBI, CIA. In der Akte wird Sean Garland verdächtigt, in die Fälschung von US-Devisen verwickelt zu sein. Besonders in den Fall der Superdollars. Wooster, England, im Sommer 2002. Die Bande steht hier vor Gericht. Der zuständige Staatsanwalt Roger Smith skizziert eine internationale Verschwörung. Die Dollars wurden in Russland gekauft. Es gibt dort Verbindungen zu Ex-KGB-Lern und die vermittelten die Blüten direkt von der Quelle. Von Irland aus wurden sie in unser Land gebracht und in echte Dollars oder englische Pfund getauscht. Wahrscheinlich, weil es hier wesentlich mehr Banken gibt als in Irland. So wurden die falschen Banknoten gewaschen. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, die irischen Täter konnten der Justiz bisher entkommen. Keiner von denen ist angeklagt, denn sie leben außerhalb der Zuständigkeit englischer Gerichte. Sean Garland steht nicht vor Gericht. Dennoch wird er im Prozess als Mittäter genannt. Sean Garland lebt in Dublin als hohes Mitglied der offiziellen IRA. Den Polizisten ist klar, dass die Gruppe in Birmingham nur kleine Fische in einem internationalen Netzwerk sind. Den Mann an der Spitze haben sie nicht gekriegt. Diese Kriminalität beginnt in Moskau, zieht sich quer durch Europa, mit Kontakten in Dublin und Großbritannien. Es gibt Verbindungen in andere europäische Länder. Überall wird das Geld gewaschen. Das alles macht es für uns äußerst schwierig. Wir sind wieder in Moskau, dem Zentrum der Verschwörung. Hier gelangt das Geld in die Hände der Kriminellen. Wir folgen den Spuren, die die Birminghamer Bande in der russischen Hauptstadt hinterlassen hat. Am 25. Juni 1999 fliegen Terence Silcock und seine Truppe nach Moskau, um Superdollars zu holen. Bei Einsicht in die Passagierlisten der ankommenden Flugzeuge ergibt sich, dass am 25. Juni 1999 sowohl Terence Silcock als auch Sean Garland in Moskau ankommen. Außerdem finden wir heraus, dass Sean Garland in Moskau von einem Team von russischen Elite-Polizisten beschattet wird. General Wladimir Uskov ist der leitende Beamte. Stand Sean Garland unter Beobachtung in Moskau? Ja, wir hatten Informationen, dass er an der Verteilung gefälschter Dollarnoten beteiligt sein sollte. General Uskov und seine Leute beobachten Garland auch beim Besuch der nordkoreanischen Botschaft in Moskau. Uns fielen seine häufigen Kontakte zur nordkoreanischen Botschaft auf. Und dann zählten wir eins und eins zusammen. Denn wir hatten bereits Informationen, dass Angestellte dieser Botschaft in den Schmuggel gefälschter Dollars verwickelt sein sollten. Schauns Beziehungen da sind gut. Sean Garland pflegt schon seit langem Kontakte zur nordkoreanischen Botschaft in Moskau. Diese Faxe, die Garland an verschiedene Botschaftsmitarbeiter geschrieben hat, belegen das. Es geht um eine auf den ersten Blick legale Geschäftsverbindung, die bereits seit Jahren zu bestehen scheint. Aber die nordkoreanische Botschaft in Moskau hat nicht nur mit Handelsfragen zu tun. Ein Regimeflüchtling bestätigt, dass die Botschaft auch Verteilungszentrum für die Superdollars war. Moskau hat die größte aller nordkoreanischen Botschaften. So ziemlich alle Nordkoreaner, die offiziell ausreisen, fliegen über Moskau. Man bekommt seine Devisen für die Reise an der Botschaftskasse. Sie gaben uns teilweise echte, teilweise gefälschte Bandnoten. Wir hatten keine Ahnung. Man konnte ja die echten nicht von den Gefälschten unterscheiden. Nur die wenigsten wussten überhaupt, dass unser Land Dollars fälscht. Das wussten nur die wichtigsten Staatsbeamten und die wenigen Techniker, die damit zu tun hatten. Während die russische Polizei Sean Garland beschattet, warten Terence Silcock und seine Leute im Hotel auf Nachricht. Gab es Kontakt zwischen Sean Garland und Terence Silcock in Moskau? Nein. Sean Garland und die Truppe aus Birmingham haben es bestens verstanden, nicht zusammen gesehen zu werden. Aber sie hatten sehr wohl Kontakt. Um das zu beweisen, gehen wir in das Hotel, in dem sie abgestiegen sind. Wir gelangen in den Besitz ihrer Zimmerrechnung. Sie enthält auch eine Auflistung der Telefongespräche. Eines der Gespräche geht an eine irische Handynummer, die auch im Ausland freigeschaltet ist. Es ist die Nummer von Sean Garland. Dies ist der Beweis. Silcock und die anderen waren nicht nur in Moskau, sie hatten auch Kontakt zu Sean Garland. Und es war auch nicht das einzige Mal, dass sich ihre Wege in Moskau kreuzten. Bereits sechs Monate zuvor, vom 14. bis 18. Januar 1999, waren die Birminghamer in Moskau. Wir versuchen es in verschiedenen Hotels. Im Sheraton werden wir fündig. Sean Garland war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht dort. Aber in den abgehörten Gesprächen war immer wieder die Rede davon, dass Garland seine Geschäfte in Moskau gerne im Metropolhotel abwickelte. Da sitze ich in diesem scheiß Moskau, im Metropol. Ich hocke zwei Tage da rum. Dann kommt Sean endlich. Ich sage ihm, Sean, so geht das nicht. Also machen wir uns auf den Weg ins Metropol. Es ist eines der teuersten Hotels in Moskau. Und in der Tat ist Sean Garland hier bestens bekannt. Herr Garland ist also ein häufiger Gast Ihres Hauses? Ja. Wann war er zum ersten Mal hier? Das erste Mal 1995. Wie oft war er hier? Sechs Mal. War er auch im Januar 1999 hier? Ja, er war vom 14. bis 18. Januar 1999 hier. Vom 14. bis 18. Januar 1999. In dieser luxuriösen Suite, die 500 Dollar die Nacht kostet, übernachtet der Präsident der irischen Workers' Party bei seinen Aufenthalten in Moskau. Wir sind im Besitz der entsprechenden Hotelrechnung aus dem Jahr 1999. Er war wieder einmal zur gleichen Zeit in Moskau wie die Truppe aus Birmingham. Sie sind nicht weit weg, im Sheraton. Außerdem gibt es Belege, dass sie wieder auf Sean Garlands Handy angerufen haben. Von Moskau aus erfolgt die Verteilung der Superdollars. Sean Garland und die offizielle IRA sind Nutznießer. Die Organisation finanziert sich vermutlich seit Jahren daraus. Er ist Kommunist, ein Überzeugter, wie alle von der alten IRA. Die Knete aus den ganzen Deals fließt zurück in die Organisation. Uns vorliegende schriftliche Erklärungen früherer IRA-Mitglieder beschreiben, wie Millionen von Superdollars in Irland und Großbritannien verteilt und gewaschen wurden. Eines wird klar. Aus der revolutionären Verschwörung gegen den Kapitalismus ist längst eine lukrative Finanzierungsquelle für eine kriminelle Elite geworden. All diese gefälschten Dollarnoten landen irgendwann in einer der Superbanken der USA. Wir reden von etwa 30 Millionen, währungstechnisch also keine wirkliche Bedrohung. Aber da die Noten größtenteils eins zu eins getauscht wurden, bedeutet das fast 30 Millionen Gewinn, die in das organisierte Verbrechen gewandert sind. Die Aussagen, die uns vorliegen, bestätigen, dass die nordkoreanische Botschaft in Moskau und ehemalige KGB-Beamte in die Geschäfte verwickelt sind. Danach ist Sean Garland der Boss des Netzwerkes. Keiner dieser Beweise lag dem Gericht in Worcester bei seiner Urteilsfindung vor. Unterdessen ist in Moskau die Operation Mali noch nicht beendet. Die Polizei hat nachrichtendienstliche Informationen erhalten, dass ein weiterer Dollar-Deal stattfinden soll. Am vereinbarten Treffpunkt soll die Übergabe der falschen Dollars an einen britischen Kurier erfolgen. Mark Smith gibt sich als Kurier der Wande aus und geht zum Übergabeort. Am Pushkin-Platz sollte es sein. Ich sollte dort beim Denkmal stehen und auf eine große, hübsche Russin mit einem Paket warten. Sie würde auf mich zukommen, mir ein Codewort nennen. Auf das würde ich entsprechend zu antworten haben. Und dann würde sie mir die Dollars geben. Die russische Polizei steht bereit, um bei der Übergabe sofort zuschlagen zu können. Aber auch die Fälscherbande beobachtet den Treffpunkt. Im letzten Moment erhält die Frau einen Anruf. Es kommt nicht zur Übergabe. Es sieht so aus, als ob die Aktion der Polizei durchgesickert ist. Aber später am Nachmittag gibt es erneuten Kontakt. Man nennt Smith einen neuen Übergabeort. Diesmal bekam ich die Anweisung, zum Gazanski-Bahnhof in Moskau zu kommen. Ich sollte zu einer Gepäckaufbewahrung gehen und dort nach einer bestimmten Nummer fragen. Man würde mir ein Paket geben. Ich bekam das Paket dort. Es waren 70.000 Dollar drin. Das Geld wird überprüft. Wieder sind es nordkoreanische Superdollars. Aber dem Mann, der hinter all dem steht, sind die Polizisten wieder keinen Schritt näher gekommen. Die Birminghamer Bande allerdings ist zerschlagen. Terence Silcock wandert für sechs Jahre hinter Gitter. David Levin wird zu neun Jahren verurteilt. Später soll er wegen eines Doppelmordes an Armenien ausgeliefert werden. Hugh Todts Fall wird vom Secret Service bearbeitet. Er wird Haftstrafen in Großbritannien, Frankreich und den USA abzusitzen haben. Alan Jones sitzt nicht im Gefängnis. Auf Kaution freigelassen, flüchtete er und wurde seitdem nicht wieder gesehen. Natürlich hätten wir auch Sean Garland gerne interviewt, aber er hat sich immer geweigert. Also versuchen wir es noch einmal nach dem Prozess in Worcester. Wir suchen ihn in Irland auf. Herr Garland, ich möchte mit Ihnen über die Vorwürfe der Banknotenfälschung sprechen. Herr Garland, kann ich mit Ihnen über die Vorwürfe gegen Sie sprechen? Kennen Sie Terence Silcock und Hugh Todd? Was sagen Sie dazu, dass Ihr Name in einem Gerichtsprozess genannt wurde und Ihnen die russische Polizei gefolgt ist? Möchten Sie dazu etwas sagen? Auch nach diesem Zusammentreffen wurden alle weiteren Interviewanfragen abgelehnt. Garland leugnet jede Verbindung zu der Fälscherbande. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge immer noch. Die, die wir nicht gekriegt haben, werden sicher bald wieder ins Geschäft einsteigen. Für uns ist das Thema noch nicht erledigt. Anstelle der Beteiligten würde ich mich schon mal auf einen Besuch vorbereiten. Immer wieder versucht die US-Notenbank, den technischen Stand ihrer Dollarnoten zu verbessern, sie noch fälschungssicherer zu machen. Aber da die Fälschung von Banknoten ein äußerst lukratives Geschäft ist, wird Nordkoreas Regierung auch weiterhin alles daran setzen, perfekte Blüten zu produzieren und sie mit Hilfe von kriminellen Banden unter die Leute zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020